halli hallo herzlich willkommen zu ein info video und zwar geht es um den 24 stunden stream den ich am samstag den 30 warum soll ich heute machen den 30.11 vorhaben und zwar gibt es ein bisschen bekannt machen erstens ich fange samstag früh um um neune an früh um neun und höre sonntag früh um neun wieder auf zu streamen also wäre dann rechnen kann ist logisch ist 24 stunden die karte südhörnern auf meinen zweiten server drauf gemacht bin überrascht dass der gps-mod wirklich da auch funktioniert das ist schon mal geil 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 bei also ich werde dann so abends 20 uhr oder so kurz vor 20 uhr werde es darüber wechseln auf die irgendeine türe karte weiter ja heute an dem tag dann auch live stream ist springt dann kurz darüber bleibt aber bleibt live macht da wenn es dort beim feierabend ist wechsle ich wieder auf den anderen server auf den südhörnern und dort geht es dann bis früh um neune weiter noch so ja das ist mal so ein kleines info und ja wird wahrscheinlich ist der manu höchstwahrscheinlich dann auch mit dabei ich weiß ob man vielleicht noch nachmittag oder früh mit ohne mit drauf kommt auf jeden fall hat er gesagt um jeden nachts wollte er mit drauf kommen deswegen habe ich den jetzt auf meinen server drauf gehauen ohne probleme ist ja das war es eigentlich so als kleine info also wie sagt die 30 11 um 9 uhr morgens geht los bin es online live auf sendung und hören erst am ersten zwei ersten zwölften um neun da quasi wieder auf ich freue mich dann sehr wenn ihr zartreich im chat mit da seid dass ihr zuschaut das ist es ist wie gesagt ich habe ja damals schon versprochen zu 100 abos und da konnte es leider wusste ich jetzt noch nicht wollte es dann zwölf stunden machen jetzt ja okay jetzt habe ich 150 jahre jetzt musst du doch mal was als dankeschön für euch machen und ja die 24 stream habe ich dann jetzt so festgelegt es passt auch bei mir ich habe in der woche urlaub also wird es bei mir gut passen ich hoffe bei euch passt auch ich hoffe ihr seid wirklich zahlreich da und ja dann sehen wir uns samstag früh um 9 wünsche euch das video raus gibt noch einen rechtlichen schönen tag und man sieht sich bis samstag euer tobi tschau tschau